Wenn du 2 Meter kriegst, gebe ich das Körbis, ich mache das Körbis und gebe ich das Körbis aus. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Fieste stehen. Muss ja auch mal. Verdus. 2 Meter. 2 Meter, wir kommen doch auf bald 2,5 Meter. 2,5 Meter. 2,5 Meter. Was für 3,5 Meter? 2,8 Meter? Boah. Aber 2 Meter, 3 Meter. Das ist 2 Meter. Du hast aber gut schön geräuchert, ne? Schön geräuchert. Fest, das ist fest, das weiß nicht, dass irgendwie... Mensch, das wird alles hier dokumentiert. Oh. 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 Sit, sit, sit. Doch, du gehörst auch da... Ja, du gehörst auch mit dazu. Ach, da hauen sie wieder alle. Hast du? Ich hab die Oma jetzt gerade... Oh, weg hier. Oh. Mann. Überleg, wie du das machst. Mach das echt von Hand, der Mann, ne? Ja, ne Quickstelle, wollte ich sagen. Ich kann das durchbrechen, aber ich hab mal Glück gehabt. Ah, ja. Die muss ja... Die ja doch von feinster Hand. Nicht... Entschuldige mal bitte, ich hol den Hammer. Bestimmt nicht eingeschlossen. Das sind einfach Kumpels von dem Fahrer von Schroda. Von Andreas. Und... Und... Ja, und da hat er gesagt, ich kriege das länger. Also als ein Meter. Sag ich, wenn du... Hier kommt auch der... Zweieinhalb Meter Spender kommt jetzt hier. Spender. Also zwei Meter. Ich sag, wenn du zwei Meter kriegst, ich mach das Körbus und gebe ich das Körbus aus. Ne? Nicht so gut. Hier zu Seite. Das ist ja gut. Sehr schön. Oh. Nicht drauf bricht sie. Wenn du das erstmal drauflegen kannst, dann hab ich mal die... Weil da sind ja hier ganz epochale Aufnahmen hier. Das ist weg nicht. Das ist kein Problem. Da halt die Glühle. Oh, oh, nee. Oh, oh, nee. Oh, nee. Da geht doch mal drauf. Wir sind die beste Alta, wir sind die geilste! Du hast es doch richtig nicht! Du hast es alles bisher! Ja, wir sind die geilste! Jaa, ich bin jetzt nicht viel mit zu tun, ja. 2,80 Meter. Sieht gar nicht aus, oder? Sieht weniger aus. Und in einem Stück... Das ist jetzt ein Meter, nicht? Ein Meter. Jetzt fangen wir die zwei Meter an. Klaus? Na klar, komm mal her. In einem Stück. Na, Mensch. Und die, Renetta? Ist das ein Apparat oder nichts anderes? Jetzt kommt noch der Chili. Sieben Personen. Wir gehen jetzt nach vorne. Die Gäste sind fasziniert. Aber nicht so drüber gehen. Baby, Sie haben es geschafft. So, wir haben es geschafft. Das ist immer die glückliche Runde hier. Nein. Wer hat gesagt, dass wir das nicht schaffen? Ne? Wo ist mein Bier? Der? Oh, wir haben vergessen, bin ich zu verstehen. Ah, ihr seid doch mein Herz. So. Moment. Ich muss meinen Dauern setzen. Ich möchte auch noch mal Gänze. Klappau. Klappau. Bauche noch ein. Uniques des Versamilors. Klappau. Ja. Vielen Dank.